Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr beim iPhone 15 Plus die SIM-Karte einsetzen könnt. Und dafür brauchen wir neben dem Telefon den sogenannten PIN. Und der ist Teil der Box. Da habt ihr nämlich hier noch eine kleine weiße Box drin mit einigen Kärtchen. Und ganz oben haben wir hier die Karte mit dem sogenannten PIN. Halten wir einfach hier ein bisschen, dann ist er befreit. Alternativ könnt ihr auch die Spitze der guten alten Büroklammer benutzen. So, wenn ihr das Telefon jetzt so habt, findet ihr auf der Seite des Telefons den SIM-Kartenhalter. Und ein Teil des SIM-Kartenhalters ist ein kleines Loch hier. Und jetzt kommt die Spitze des PINs oder eben die Büroklammer ans Spiel. Steckt man nämlich da rein, drückt ein bisschen und der SIM-Kartenhalter kommt zum Vorschein. Bei diesem SIM-Kartenhalter könnt ihr eine SIM-Karte einlegen. Das machen wir mal gleich. So sieht es aus. So, da gibt es eine fehlende Ecke bei dem SIM-Kartenhalter. Und die passt auch nur zur fehlenden Ecke der SIM-Karte. Und die Kontakte, wie ihr sehen könnt, die sind ganz oben. Okay, wenn ihr fertig seid, packt ihr das Konstrukt zurück hier in das Telefon. Die Kontakte der SIM-Karte zeigen dabei zum Display hin, also nach oben. Schön zumachen. Und das war es auch schon. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze im Übrigen noch mit einer eSIM erweitern. Da müsst ihr einen Provider dann fragen. Dann hättet ihr sozusagen die Möglichkeit, hier zwei SIM-Kartenprofile zu hinterlegen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und die Frage beantworten. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen und auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, ansonsten habe ich noch ein paar weitere Videos gemacht. Könnt ihr gerne noch gucken oder könnt ihr euch gerne hier nochmal den Abonnier-Button genauer anschauen. Vielleicht auch draufklicken. Wäre mega, mega, mega nett. Würde eine riesen Unterstützung bedeuten. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.